Meierburger, kleines Sorgenkind würde ich sagen, ja schon wieder 11 Prozent unter Druck und das ist natürlich ermüdend, ja für die Investoren ist das wirklich ermüdend. Wir haben diese harten Abverkäufe, dann dauert es sehr lange bis die Aktie sich wieder erholt, hat dann hier diese langwierigen, mühsamen, zähen Seitwärtsbewegungen, die wir hier lange gesehen haben. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, ja große Seitwärtsbewegung. Jetzt sah es wirklich gut aus, kann man nicht anders sagen, ja es sah wirklich gut aus. Wir haben hier eine erste schöne Sequenz gekriegt, steigende Tiefpunkte 1, 2, 3, dann hatten wir hier nochmal ein bisschen Dynamik drin, hatten dann hier eine Bullflag gesehen, die auch unter niedrigem Volumen stattgefunden hat. Also erstmal soweit alles gut. Ich hätte rein vom Chart her damit gerechnet, dass wir hier oben über 63 Rappen ausbrechen und dann vielleicht auch demnächst irgendwann dieses 64er Niveau hier in Angriff nehmen. Das wäre so meine Idee gewesen. Ja, es kommt mal wieder ganz anders. 11% verliert die Aktie heute. Wo man genau wie beim letzten Mal, als die Produktion umgestellt worden ist, auf eigentlich eine viel bessere Technik, die viel bessere Ergebnisse liefert und die Aktie einfach zusammen gedroschen worden ist, weil jetzt eben die Umsatzerwartungen reduziert werden mussten durch diesen Umbau in den Produktionsstätten, wo man sagen muss, hey, das ist doch langfristig eher positiv fürs Unternehmen. Ja, aber den Anlegern reicht das nicht. Alle die, die hier auf eine schnelle Erholung gesetzt haben oder auf ein schnelles Anlaufen des Geschäfts, die sind hier mal wieder enttäuscht. Die schmeißen heute hin. Was ist passiert? Naja, Mayer Burger hat bekannt gegeben, dass sie eine Solarzellenproduktion in den USA eröffnen wollen. Die nehmen ein Werk in Colorado, was Solarzellen made in USA produzieren soll und damit dann das Solarmodulwerk von Mayer Burger in Arizona beliefern soll. So, warum möchte man jetzt nicht, dass Solarzellen aus Deutschland hier nach Amerika gehen? Naja, natürlich kann man erst mal sagen, made in Germany steht irgendwo immer noch ein Stück weit für Qualität. Aber ja, in Amerika gibt es halt neue Bestimmungen. Und in Amerika sieht es jetzt so aus, dass zum einen natürlich die Hersteller, die innerhalb des Landes produzieren, deutlich bevorzugt werden. Die können hier mit ordentlichen Zuschüssen rechnen. Die können hier mit ordentlichen steuerlichen Vergünstigungen rechnen. Im Falle von Mayer Burger kann sich das Ganze hier summieren auf 1,3 Milliarden, die man sich hier besser stellt, wenn man in Amerika produziert. Und zwar von Beginn der Produktion, das soll Ende 2024 schon soweit sein, dass die Produktion starten kann. Bis 2032, über diesen Zeitraum, hat man wohl die Möglichkeit, hier 1,3 Milliarden insgesamt an Zuschüssen zu bekommen. On top gibt es nochmal 90 Millionen vom Bundesstaat Colorado als Förderung mit dazu. Dann gibt es 300 Millionen Dollar schon mal als Vorauszahlung für Produktabnahmen und auch für sehr günstige Kredite, die eben für diesen Aufbau der Solarzellenfabrik zur Verfügung gestellt werden. Also man stellt sich hier besser, als wenn man in Deutschland produzieren möchte. Und am Ende funktioniert das Ganze jetzt so. Ende 2024 ist natürlich ein sehr sportliches Ziel für so einen Neuaufbau einer Solarzellenproduktion. Und das Ganze macht man jetzt so, dass man sich zum einen einen guten Standort gesichert hat. Und zwar eine ehemalige Halbleiterfabrik. Da steht also schon relativ viel. Das passt man jetzt dann entsprechend an, um da seine Solarzellen zu produzieren. Und zum anderen hat man ja für die eigentliche geplante Erweiterung des Standorts in Thalheim schon mal Geräte, Maschinen bestellt, die demnächst auch geliefert werden. Aber die werden jetzt nicht nach Thalheim geliefert, sondern man verschiebt diesen Ausbau in Deutschland, sondern diese Geräte werden jetzt nach Amerika geliefert und sollen dann eben in Colorado aufgebaut werden. Und das sorgt dafür, dass man hier sehr, sehr schnell wahrscheinlich drüben mit der Produktion beginnen kann. Also ist im Prinzip etwas, was mir sehr gut gefällt. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, dass man jetzt von Seiten Mayer-Burger sagt, durch diesen Aufbau der zusätzlichen Produktionsanlage, der eigentlich gar nicht geplant war, der relativ kurzfristig jetzt entschieden worden ist, steigen die Kosten kräftig viel höher, als man eigentlich erwartet hat. Dazu kommt, dass wir momentan, insbesondere in Europa, wo der Solarzellenmarkt noch unreguliert ist, momentan ein Überangebot haben. Durch dieses Überangebot haben wir natürlich a. weniger Nachfrage nach Mayer-Burger Produkten, b. weniger Preissetzungsmacht für Mayer-Burger. Sieht alles nicht so positiv aus, kurzfristig. Und dementsprechend verzichtet man jetzt hier von Mayer-Burger auch auf das Abgeben einer EBITDA-Guidance für 2023, weil man noch gar nicht so richtig weiß, wie das Geschäft am Ende tatsächlich läuft und wie man finanziell am Ende des Jahres dasteht. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das ist kurzfristig ein Riesenproblem. Das ist eine Unsicherheit für die Anleger. Das schiebt den Zeitpunkt, zu dem Mayer-Burger wirklich losläuft mit dem Geschäft und das Ganze dann sich auch in den Finanzkennzahlen niederschlägt. Weiter nach hinten. Naja, und einigen Anlegern dauert es anscheinend zu lange. Die geben hier zwischenzeitlich auf, schmeißen die Aktie aus dem Depot. Das Ganze kracht hier 11% runter. Was heißt das für uns? Ich denke, für uns heißt es, wer noch nicht investiert ist, hat jetzt hier eine gute Chance, nochmal am unteren Ende der Range einzusteigen. Vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer. Wir haben uns daran gewöhnt inzwischen, dass die Aktie recht volatil ist in den einzelnen Phasen rauf und runter. Langfristig verbessert das meiner Meinung nach eher die Aussichten von Mayer-Burger. Das, was wir jetzt bekommen haben. Man guckt sich wohl auch schon um nach weiteren Standorten in Amerika. Also es könnte sein, dass noch mehr Produktion nach Amerika verlagert wird. Und langfristig wird sich das durch die steuerliche Besserstellung, durch die Einsparungen, die man machen kann, durch den höheren Umsatz, der erzielt wird, durch die kürzeren Lieferketten, die man da hat, wird sich das Ganze langfristig positiv bemerkbar machen. Ja, und deswegen bleibe ich auf jeden Fall dabei. Ich habe die Aktie in beiden Depots, die wir führen, im Musterdepot von Mahlzeit und im Musterdepot von Chartzeit und dementsprechend. Ich bleibe hier definitiv dabei. Ich bleibe hier mittlerweile. Untertitelung des ZDF, 2020